Hallo und herzlich willkommen bei Nasrins Welt. Ich bin Nasrin. Heute teste ich für euch typisch deutsches Essen. Als erstes probiere ich mal etwas aus dieser Dose. Zum Beispiel hier. Was Sauerkraut. Oh, sauer, aber lecker. Als nächstes probiere ich das Essen aus diesem Glas. Hier steht Apfelmus. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das schmeckt lecker. Etwas süß und nach Äpfeln. Und wie schmeckt das? Ich weiß nicht, was das ist. Auf der Packung steht Harzeroller. Puh, das ist Käse. Der riecht aber nicht sehr gut. Hm, gar nicht so schlecht. Schmeckt besser, als er riecht. Also, für heute habe ich genug typisch deutsches Essen probiert. Euch wünsche ich weiterhin einen guten Appetit. Eure Nasrin.